Mahlzeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Finchi. Erzählt euch was. Ich bin Finchi. Mein Hund, ne? Komm mal hoch, Dennis. Komm. Er gibt mir schon die ganze Zeit auf den Keks. Komm, du sollst nicht das Mikro fressen, du sollst hochkommen. Da ist er. Da ist er. Guck mal. Ja, das ist der Dennis. Ja, schön, ne? Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte. Ich glaube, ich habe die härteste Woche meines bisherigen Lebens hinter mir. Und das alles viel früher, als eigentlich geplant war. Ich sag mal, uns dreien geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Leider drei Monate zu früh. So, ich denke mal, der Zaunfall war groß genug. Sag mal, Dennis. Was machst du denn da? Ja, ich wollte mich nochmal kurz zu Wort melden, weil viele gefragt haben, was los wäre. Und ihr seht, meine Laune ist schon wieder was besser. Nichtsdestotrotz habe ich sehr wenig Zeit. Ich wollte eigentlich gerade ein neues Finchie zeigt euch was aufnehmen. Aber irgendwie, da haben wir jetzt halb ein. Morgen muss ich wieder relativ früh raus. Ich glaube, ich lasse das und verschiebe das auf morgen. Mal sehen. Ja, was wollte ich euch erzählen? Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass es uns dreien, wie gesagt, einigermaßen gut geht. Und es sich so langsam wieder normalisieren tut es sich eigentlich nicht. Aber es entspannt sich so langsam ein bisschen die Situation und kurze Denkpause eingelegt. Ja, was werde ich in nächster Zeit hier machen? Ich denke mal, ab und zu werde ich schon mal ein bisschen Zeit haben, ein Video zu machen. Momentan bin ich gar nicht mehr so auf Trophäen aus wie in letzter Zeit, sondern einfach nur auf die Spiele und vor allem die Spiele zu präsentieren. Wenn ich noch was mehr Zeit habe, irgendwann, dann bald mal, werde ich mal, ich habe so ein grünes Tuch mitbekommen bei meiner Software hier. Und dieses grüne Tuch, das kann ich mir halt hier an den Hintergrund irgendwie hängen und kann dann da was anderes einfügen. Ein Video, ein Bild, in der Insel, nackte Frauen, dicke, keine Ahnung was alles. Hunde, ja, Hunde kann ich auch, ja. Ja, das wollte ich auf jeden Fall bald mal testen. Mal gucken, wie das ankommt und vor allen Dingen, wie ich das umsetzen werde. Ich muss mal gerade hier meine Playstation aktivieren, dann bin ich wieder heller bin. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ja, eigentlich nicht. Wie gesagt, es sollte nur eine kurze Meldung sein. Hallo, ich bin noch da. Und es ist auch soweit alles in Ordnung. Aber wie gesagt, es sei mir trotzdem nicht böse, wenn das alles noch ein bisschen schleppend hier vorangeht. Und ich nur ab und zu was mache, wenn ich gerade Bock habe und Lust habe und Zeit habe. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Bis später. Mal gucken, wann das Finch die Zeit durch was kommt. Tschüss.